In der heutigen News-Folge handelt es sich um folgende Themen. Teams bitten FIA um Aufklärung des Ferraris, keine Qualifikationsrennen 2020. In 9 Sekunden wisst ihr mehr. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Mehrere Teams haben die FIA schriftlich darum gebeten, einerseits Ferraris Technik zu überprüfen, ob da alles mit legalen Dingen zugeht, andererseits möchten sie informiert werden, ob sie selber solche Entwicklungseinrichtungen einschlagen können. Wie ihr ja wisst, ist der Ferrari seit dieser Saison auf den Geraden einfach unschlagbar. Bis zu 0,8 Sekunden ist der Zeitvorteil. Aber woran genau könnte das liegen? Es könnte ein modifiziertes Kühlungssystem sein, wodurch Öl austritt und in den Verbrennungsprozess geleitet wird, wodurch der Motor mehr Power hat. Nur das ist illegal. Öl darf zwar im Kühler sein, aber die Hitzeenergie darf bei der Flüssigkeitenverdampfung nicht genutzt werden, denn so steht es im Reglement. Bei der Verbrennung darf ausschließlich Benzin verwendet werden. Andere vermuten, dass die Power möglicherweise vom ERS kommen könnte. Mindestens ein Team vermutet einen Qualifying-Vorteil, ein anderes Team hat ein Auge auf das ERS geworfen. Diese Anfragen von mindestens zwei Teams sind bisher unbeantwortet. Die FIA verfolgt wegen der Einhaltung der technischen Regeln alle Parameter der Antriebe und derzeit liegt kein Protest vor, den man nur an einem Rennwochenende einreichen kann, nämlich maximal 30 Minuten nach der Ergebnisveröffentlichung. Die Qualifikationsrennen werden 2020 nicht stattfinden, was aber eigentlich schon so gut wie klar war. Das kam beim letzten Meeting der FIA und den Teams raus. 2021 könnte es aber dennoch eingeführt werden. Kommen wir zu Mikes Meinung. Ich finde es einfach nur unglaublich und zwar negativ. Nur weil Ferrari auf den Geraden so unfassbar schnell ist, muss das jetzt überprüft werden. Das mit den Quali-Rennen war ja klar. Sehr schade eigentlich. Das hätte ich gerne gesehen, auch wenn es nur drei Quali-Rennen wären. Und nun zum Community-Kommentar. Philippe Hofmeister hat folgenden Kommentar unter meinem Vorvertrag Miami 2021 Video geschrieben. Gegen einen Miami Grand Prix habe ich prinzipiell nichts. Dazu darf man auch nicht vergessen, dass alles inklusive Strecken-Layout noch nicht final ist. Aber wenn das das Strecken-Layout ist, finde ich die Strecke eher mangelhaft. Zwar würde sie tolle Überholmöglichkeiten bieten, aber die Fahrer kriegen keine Herausforderung beim Fahren, da keine anspruchsvollen Kurven vorhanden sind. Außerdem wirkt die Strecke leider wieder mal total uninspiriert. Ich sehe da keine einzigartigen Kurven, wie zum Beispiel Eau Rouge oder Réliant. Ob es das finale Layout ist, wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Ich finde, dass die Strecke wirklich gut aussieht, auch was die Kurven angeht. Der erste Sektor sieht für mich stark nach Indien aus und auch die 180-Grad-Kurve aus Russland kann man erkennen. Bin auf das finale Layout echt gespannt. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, like das Video und wenn noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video oder heute Abend um 18 Uhr auf Twitch, wo ich am Livestream bin. Bis dahin, ciao!